Speziell im zweiten Umlauf unter Flutlisch, wenn man wirklich eine Stecknadel fallen hört, das ist eine absolute Gänsehaut-Atmosphäre. Es ist eben so, dass wir 2009 das erste Mal als Trainer dabei waren und dann haben wir, ich glaube, acht Jahre eben nicht gewinnen können, das war für uns eine harte Zeit. Das Hintergebnis für Deutschland sind zwölf Strafpunkte zusammen mit Kanada auf dem vierten Platz. Aber es war wie verhext, wir haben zweite Plätze ein paar Mal, dritter, vierter waren knapp dran, aber es hat nicht sollen sein. Und auf einmal drei Jahre am Stück haben wir gewonnen, also das ist auch manchmal nicht zu erklären. Hoho, yes, so crowd erupt, as Meredith does just what was needed in Team Germany are going to finish on a clean sheet. Das ist eine wunderbare Mannschaft, wir kennen uns alle sehr gut, wir haben oft zusammengeritten, auch Siege gefeiert zusammen, aber auch tiefe Punkte erlebt. 2016 kann ich mich erinnern, mit der erfahrenen Truppe, die auch nachher nach Rio zur Olympiade gefahren ist. Wir waren natürlich total happy, dass wir diese Nationenweite, ich glaube auch sehr überlegen, gewinnen konnten. Dann kam 2017, wo wir auch einen Umbruch eingeleitet haben. und das war eine große Herausforderung. Es kommt aus, er kommt aus, die Zeit ist gut, aber nur die Mercedes zu offen, dass wir das Wettbewerber gewinnen können. Die Team Germans haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Ja, das ist geil. Das ist natürlich, wenn man Reiterreiter kribbelt, das ist ein bisschen mehr wie sonst. Gerade vor vollem Haus und als Deutscher letzter Reiter und dann Null zu reiten und dann zu wissen, dass man damit gewonnen hat, ist natürlich... Ich hätte auch noch gerne zwei, drei Endrunden gedreht da drin. Was sagen Sie zu Ihrem Team, zu Ihrem Youngstar, zu Philipp Weiß auch heute? Ja, ist unglaublich. Also ich bin echt stolz auf die Truppe. Wir wussten selber nicht so genau, wo wir stehen. Philipps Viert war lange verletzt, Maurice als Junge das erste Mal. Ja, also war ein verdienter, grandioser Sieg und ich bin super happy. It's home for Germany, we've done it! Everybody on the field! Fantastic! Laura Klapphake, Simone Blum, Maurice Teppel. Das war natürlich was ganz Besonderes, dann mit diesem jungen Team in Aachen zu gewinnen. Da haben wir gar nicht mit gerechnet. Ab nochmal, das ist der Hammer, das ist so geil. Laura, die glaube ich über dem Sprung noch gelacht hat sogar und gelächelt hat. Also, das waren echt Bilder, an die man gerne zurückdenkt. Er war von den Erfahrenen der einzige, der übergeblieben war. Und er hat sich da total in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er hat den Reitern Sicherheit gegeben, die konnten ihn ansprechen und der war echt eine große Hilfe für uns. Also, ich muss sagen, Markus hat Nerven wie Drahtseile, aber unser Team Zusammenhalt ist der Hammer und wir haben alle miteinander zusammengehalten und gekämpft. Wir haben jedes Jahr ein Team gehabt, das ist mir, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch ein Team haben, die zusammenstehen, die zusammenhalten. Natürlich gibt es auch immer kleinere Reibereien, das bleibt nicht aus, aber trotzdem im Großen und Ganzen hat das gut funktioniert. Das ist es ein Team. Vielen Dank.